1.000 Füßler mit 1.000 Schuhen 1.000 Füßler mit 1.000 Schuhen zieht sich den 1. an. Was? Hat keine Zeit, um sich auszuruhen. Dann kommt der 2. dran. Was? Was? Weiß zwar genau, das braucht meistens viel Zeit, doch ist er schlau und falk bei der Arbeit und kommt fast nie aus dem Takt. 1.000 Füßler mit 1.000 Schuhen zieht sich den 3. an. Was? 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 Hat keine Zeit, um sich auszuruhen. Dann kommt der 4. dran. Was? 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 Weiß zwar genau, das braucht meistens viel Zeit, doch ist er schlau und falk bei der Arbeit und kommt fast nie aus dem Takt. 1.000 Füßler mit 1.000 Schuhen zieht sich den 5. an. Passt, 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 passt. Hat keine Zeit, um sich auszuruhen. Dann kommt der 6. dran. Passt, 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 passt. Weiß zwar genau, das braucht meistens viel Zeit, doch ist er schlau und falk bei der Arbeit und kommt fast nie aus dem Takt. 1.000 Füßler mit 1.000 Schuhen zieht sich den 7. an. Passt, 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 passt. Hat keine Zeit, um sich auszuruhen. Dann kommt der 8. dran. Passt, 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 passt. Weiß zwar genau, das braucht meistens viel Zeit, doch ist er schlau und falk bei der Arbeit und kommt fast nie aus dem Takt. 1.000 Füßler mit 1.000 Schuhen zieht sich den 9. an. Passt, 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 passt. Hat keine Zeit, um sich auszuruhen. Dann kommt der 10. dran. Passt, 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 passt. Weiß zwar genau, das braucht meistens viel Zeit, doch ist er schlau und falk bei der Arbeit und kommt fast nie aus dem Takt. 1.000 Füßler mit 1.000 Schuhen zieht sich den 11. an. Passt, 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 passt. Hat keine Zeit, um sich auszuruhen. Dann kommt der 12. dran. Passt, 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 passt. Weiß zwar genau, das braucht meistens viel Zeit, doch ist er schlau und falk bei der Arbeit und kommt fast nie aus dem Takt. Und kommt fast nie aus dem Takt. Und kommt fast nie aus dem Takt. Ja. Vielen Dank.